Wir haben in unseren mehr als 90 Unterkünften im Land Berlin, in denen mittlerweile über 26.000 Menschen leben, in der Tat nur noch sehr, sehr wenige vereinzelte Plätze zur Verfügung. Das heißt, bei über 90 Häusern, die wir betreiben, etwa zwei freie Plätze pro Objekt. Ich weiß, dass viele in der Ukraine nicht das Land verlassen wollen, aber zugleich ist die Infrastruktur dort teilweise so zerstört, dass der Winter womöglich dazu führen wird, dass wir hier wieder einen deutlichen Anstieg haben. Wir können es uns, glaube ich, diesen Winter bei den steigenden Ankunftszahlen nicht leisten, dass Objekte, die genutzt werden können, einfach leer stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017